Unter anderem hat der Betriebsrat mich auch gefragt, ob ich es mir vorstellen könnte, bei der nächsten Betriebsversammlung meinen SEDECH-Song, meinen eigenen persönlichen SEDECH-Song live zu performen. Wie geil ist das denn? Also, liebe Kolleginnen und Kollegen, auf der nächsten Betriebsversammlung, da werdet ihr nicht sehen, vielleicht für fünf Minuten vor dem Programm Habi Habi, Habi, SEDECH, SEDECH!